LBB Junior LBB Junior LBB Junior Ich male gern mit Farben, es ist toll All die Farben im Tischkasten sind so voll Mit den grünen, blauen und roten male ich einen Regenbogen Ja, ich male gern mit Farben, es ist toll Für bunten Spaß nehm ich gerne den Kleber Auch Glitzerstempel und das Papier Wie das hier ist schon fertig, bin erstaunt und auch sehr glücklich Für bunten Spaß nehm ich gerne den Kleber Zieh dir das nächste LBB Junior Video jetzt an Für weitere tolle Videos abonniere unseren Kanal Wie das hier ist schon mal? 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 Wie das hier ist schon mal?